Hallo meine lieben Zuhörer! Vor kurzem habe ich mein Hörbuch zu Poison Princess, der Herr der Ewigkeit, beendet und möchte euch nun eine kleine Vorschau auf das gewähren, was als nächstes hier folgen wird. Zunächst, der dritte Teil von Poison Princess wird erstmal nicht folgen. Und nun für alle, die jetzt schon mal in Panik geraten, ich habe vor, ihn auf jeden Fall noch zu lesen. Auf jeden Fall. Nur jetzt erstmal nicht. Denn ich brauche einfach erstmal für mich selbst eine kurze Pause von dieser Reihe. Ich habe ja die letzten Videos alle relativ schnell raushauen können, was einfach daran lag, dass mich so richtig das Vorlesefieber gepackt hatte. Und damit diese Lust jetzt nicht wieder abflaut, möchte ich mir selbst eben erstmal ein wenig Abwechslung gönnen. Außerdem hoffe ich natürlich auch mit einem neuen Buch auch mal wieder neue Abonnenten anzulocken, da meine Abonnentenzahl jetzt seit ein paar Monaten stagniert, was natürlich auch ein bisschen an meiner Motivation zehrt. Ich habe mich also dazu entschlossen, als nächstes Projekt erstmal eines meiner Lieblingsbücher für euch vorzulesen. Die Krieger der Königin. Ein wirklich fantastisches Buch und ich bin mir sicher, dass euch das allen auch super gefallen wird. Und auch all den Fans, die jetzt Poison Princess toll fanden. Ich möchte diese Gelegenheit jetzt auch gleich mal nutzen, um meinen treuesten Zuhörern zu danken. Ganz oben an, die kleine Hex. Du schreibst mir jetzt seit über einem Jahr regelmäßig Kommentare unter meine Videos, die mich jedes Mal sehr erfreuen und auch immer wieder motivieren. Dafür danke ich dir. Auch ein Dankeschön an Toastbrot, Taktiki und Herzkuss, die mir in letzter Zeit auch viel positives Feedback gegeben haben. Und natürlich auch an all meine anderen Abonnenten oder Kommentarschreiber. Und zu guter Letzt jetzt noch ein Aufruf an alle, die meine Videos verfolgen, mich aber noch nicht abonniert haben. Abonniert mich. Bitte! Wenn ihr mir zeigen wollt, dass ihr meine Arbeit an diesem Kanal und meine Videos schätzt, dann ist das eure beste Möglichkeit. Abonniert mich! So, das wäre erstmal alles. Mein nächstes Hörbuch wird in kurzen Beginn. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen Videos und auf meinem Kanal. Eure Fantasy Freak.